Hallo, es war in dem wunderschönen Süden von Frankreich auf einem Berg. Jetzt sind also 798 Meter hoch. Die Luft ist dünn, darum meine Atmung. Habe ich beschlossen, dass ich den Kürzenabstieg nehme. Ja, voll gut. Ich muss mich da mal befreien. Das mache ich jetzt auch. Ich stelle das da so her. Ja. Woher? Ich bin doch hier. Ah, das ist doch einfach.